Leute, jetzt schlägt's 13. Der Robert Sesselmann von der AfD, gewählter Landrat im Kreis Sonneberg in Südthüringen, hat den Demokratie-Check bestanden. Also ich glaube, jetzt reicht's. Jetzt brauchen wir definitiv eine Demo. Jetzt muss hier ordentlich was passieren. Das kann ich nicht glauben. Damit Moins zusammen, mein Name ist Olli, wenn du da bist, gerne ein Abo da lassen. Und ja, man kann das alles nicht mehr anders als mit blanker Ironie und sonst was wahrnehmen oder auch Satire. Was hier los ist, dass ein gewählter Landrat einen sogenannten Demokratie-Check unterzogen wird, überprüft wird, was auch immer, diese genauen Prüfkriterien sind meiner Information nicht bekannt gegeben worden. Das kannst du dir einfach alles nicht mehr ausdenken. Es ist schier lächerlich. Aber der Reihe nach, wir gucken rein, ist eine kleine Randinformation, die jetzt hier gerade so durch die Presse-Dicker läuft am Nachmittag. Robert Sesselmann bleibt Landrat im Kreis Sonneberg. Ja, und da hat, ich glaube, es war der Innenminister in Thüringen, ist ein SPD-Politiker. Und dementsprechend, der hat da, ja, er war ja dafür zuständig, sag ich mal, als oberster Kandidat, offensichtlich den Haken hintergesetzt. Er darf. Grandios. Dankeschön. Im Landrat darf man ohne solche eine Überprüfung setzen. Offensichtlich auch in anderen Bundesministerien. Wie ist das denn? Wurden denn von unserer Bundesregierung auch die Leute diesem Demokratie-Check unterzogen? Ich frage für einen Freund. Ja, wir sehen das hier. In dem Artikel heißt es nämlich im Zitat, bei dem AfD-Politiker Sesselmann würden derzeit keine konkreten Umstände gesehen, die von hinreichendem Gewicht und objektiv geeignet sind, eine ernsthafte Besorgnis an dessen künftiger Erfüllung der Verfassungstreuepflicht auszulösen. Heißt es hier vom Thüringer Landesverwaltungsamt am Montag in Weimar. Grandios. Hat da jemand etwas anderes erwartet? Ehrlich gesagt, ja. Ich habe da definitiv etwas anderes erwartet, dass man gucken wird, ja, was finden wir denn, was haben wir denn für eine Möglichkeit, um jetzt hier etwas anderes draus zu machen und sonst was. Der Artikel ist auf der Knalle. Hier wiederholen sie den gleichen Satz nochmal wieder oben. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber wir machen jetzt selber mal den Demokratie-Check. Wir machen mal den Demokratie-Check für unser Land. Für Robert Sesselmann haben wir nämlich hier per Facebook vom 5. Juli. Und es kommt noch ein Video über ein anderes Thema vom Herrn Sesselmann. Das habe ich hier oben auch schon offen. Zeige ich euch gleich nochmal. Das ist nochmal kurz geteasert. Er schrieb, Zitat, Ja, da ist jetzt halt der nächste nachgerückt. Da gab es ja noch einen anderen zweiten Kandidaten, der dafür in Frage kam. Offensichtlich ist das jetzt hier der Dr. Jens Dietrich geworden. Und dann heißt es hier weiterhin, Am 3.7. erfuhr ich, dass die Geburtsstation des Krankenhauses Sonneberg-Schließ, Dr. Botthäuser, findet keinen Nachfolger aufgrund einer schlechten Ausbildungspolitik der Altparteien. Und das ist wirklich eine ganz knallharte Ansage, die hier direkt schon kommt. Überleg sich mal, das ist ja das, was Politik auf Bundesebene macht. Die sorgen nicht dafür, dass Ausbildungsberufe im Pflegebereich oder auch Ärzte und so weiter, dass das so verhonoriert wird und auch anständige Arbeitszeiten hat. Einfach die Gesamtrahmenbedingungen passen, dass wir auf der anderen Seite genügend von diesen Menschen in dem Land haben. Nein, was schafft unsere Bundesregierung? Sie schafft es, dass vor zwei oder fast schon vor drei Jahren einmal abends irgendwie geklatscht wird für die Pflegekräfte und so. Und dann war es das. Danach wurden sie wieder ganz schnell vergessen. Mehr hat es seitdem nicht gegeben. Feucht-warmer Händedruck. Vielleicht gab es eine Sonderzahlung oder sowas in der Richtung auch mal. Aber nichts mehr. Das ist ja jetzt aktuell nicht mehr so wichtig. Man hat das einfach nicht mehr so auf dem Schirm. Und das ist schon ein ganz, ganz großes Armutszeugnis. Denn viele Ärzte und auch gut ausgebildete Pfleger und Krankenschwestern, die verlassen doch Deutschland. Die gehen beispielsweise nach Schweden, die gehen nach Dänemark. Geregelte Arbeitszeiten, deutlich weniger Steuern zu bezahlen, höhere Lebenskomfort, den du dort genießen kannst und natürlich eine bessere Bezahlung. Und das ist doch viel attraktiver als das, was wir hier in Deutschland geboten bekommen. Und daran sollte man arbeiten, meiner Meinung nach. Dann heißt es weiterhin, ganz interessanter Punkt, Ich habe heute meinen Dienstwagen Audi A8 gekündigt und fahre zukünftig selbst ohne Chauffeur mit dem Auto zu den Terminen. Tja, Leute, wie heißt es so schön? Wenn man doch sparen muss, dann sollte man mit gutem Beispiel vorangehen. Wie auch im nächsten Satz ihr sagt, der Landkreis muss sparen. Und da sollte der Landrat mit gutem Beispiel vorangehen. Das hat sein Vorgänger vielleicht nicht so beherzigt, sage ich mal an der Stelle. Und ist das nicht krass? Da verzichtet man auf eigenen komfortablen Vorteil. Ich hätte auch gerne ein Audi A8, wo ich drin sitze und wäre eher ein BMW 7er. Ich bin ein BMW-Kind, aber nichtsdestotrotz. Ich lasse mich auch in einem Audi A8 fahren. Dann nehme ich jetzt hier das Telefon, rufe ich jetzt hier kurz an. Einmal Chauffeur bitte hier zack zur nächsten Dönerbude oder was weiß ich, wo ich jetzt hin will. Aber nein, der Mann bodenständig. Ich kann auch selber Auto fahren. Na ja, Leute, das haben wir alle nicht erwartet. Jetzt dachten wir, hier werden die Leute aufmarschieren in Sörneberg und so weiter. Was da alles für Prophezeiungen gekommen sind. Und offensichtlich geht es in eine ganz andere, sehr gute Richtung für diesen Landkreis. Weiterhin, die nächste Hiobsbotschaft ist die Schulschließung in Mengersgeräut Hämmern. Hier gilt es, einen freien Schulträger zu finden. Also auch ganz interessanter Punkt. Schule wird hier geschlossen. Natürlich ebenfalls schlecht für die Leute, die in der Nähe wohnen. Was ist mit den Kindern? Wo können die dann zur Schule gehen etc. pp. Ich bin davon überzeugt, dass ein solches Schulmodell Zukunft haben kann, sagt er hier. Weiter. Leider hat diese Geschichte einen Vorlauf. Die Zeiten sind nicht einfach. Mein Schreibtisch ist voll und die Termine laufen. Aber ich blicke mit Zuversicht in die Zukunft, trotz aller Widrigkeiten. Also er ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv eingestellt, der Herr Sesselmann. Und das muss man ihm lassen. Offensichtlich zahlreiche Baustellen bei ihm in der Region, speziell im Landkreis. Und man kann wirklich an der Stelle Daumen drücken und hoffen, dass er die Möglichkeit hat, viele dieser bestehenden Probleme gut zu lösen. Beispielsweise durch Firmen, die dort ansässig werden, Steuern bezahlen. Dass man jetzt hier mit Trägern ins Gespräch geht, die dann eine Schule machen und so weiter. Es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten. Und ich habe das Gefühl, er kann, das haben wir jetzt schon mal gesehen, ganz klar Probleme runterbrechen, benennen. Was ja viele Politiker gar nicht hinkriegen. Die sparen ja drei Sätze rundherum und im Endeffekt wurde nichts gesagt. Aber bei ihm habe ich nicht das Gefühl. So, aber dann gibt es jetzt auch schon negative Presse. Aber dazu kommt auch nochmal ein ganz ausführliches Video. Ein separates, weil das ist schon eine ganz, ganz starke Nummer, was hier gerade passiert. Zitat, AfD-Landrat macht Wahlwerbung auf Schulhof. Bildungsminister, diese Einstatt bestätigt alle Befürchtungen, heißt es hier. Ja, und die Bild hat das Ganze als Wahlwerbung bezeichnet. Ihr könnt das gerne für euch mal bewerten in den Kommentaren. Er sagte bei dieser Veranstaltung oder bei diesem Treffen hier auf dem Schulhof. Nebenbei gesagt, die Person, die das hier gefilmt hat, wird doch bestimmt auch zu den Wählern oder zumindest zu den potenziellen Wählern der Partei gehören. Sondern heißt es im Zitat, wie gesagt, 2024 ist die Landtagswahl. Wenn Sie mit der bisherigen Politik, die vor Ort betrieben worden ist, nicht einverstanden sind, dann haben Sie die Möglichkeit, ein Kreuz an einer bestimmten oder an einer richtigen Stelle zu machen. Natürlich, klar, als Landrat ist man dafür zuständig, natürlich auch Neutralitätspflicht zu wahren und kein politisches Amt jetzt irgendwie oder politischen Einfluss jetzt hier auszuüben. Da kann man sagen, ja, das war jetzt nicht die richtige Wortwahl. Aber ihm jetzt hier Wahlwerbung zu unterstellen, finde ich persönlich ein bisschen zu weit hergeholt. Aber wie gesagt, wir sprechen in einem ausführlichen Video, kommt vorauslich morgen nochmal ganz genau darüber. Und bis dahin, lasst ein Abo da, damit ihr das Video morgen früh nicht verpasst. Haut rein, bis zum nächsten. Jetzt bin ich auf meine Meinung gespannt. Demokratiecheck, hättet ihr den auch bestanden? Ich weiß es nicht. Ciao.